Hallo und willkommen im Grillteam BBQ Shop. Mein Name ist Björn und ich zeige euch heute den 4B Deluxe von Nexgrill. Nexgrill, die Marke dürfte den wenigsten von euch etwas sagen, ist in Deutschland noch recht unbekannt, wurde aber schon 1993 in Amerika gegründet und dort vertreibt Nexgrill seit über 25 Jahren erfolgreich Barbecue-Geräte. Seit 2019 sind die ersten Modelle in 50 Millibar auch in Deutschland erhältlich. Zu den in Deutschland angebotenen Modellen gehört unter anderem die Deluxe-Reihe, genauso wie die Evolution-Serie, in der ihr drei und vier flammige Grills angeboten bekommt. Zu jedem dieser Grills haben wir euch nochmal ein gesondertes Video gedreht. Bevor wir nun zu den Details des 4B Deluxe kommen, ein paar Eckdaten vorab. Wir haben einen Barbecue-Grill mit Deckel, einen geschlossenen Unterschrank inklusive zwei Türen, zwei Seitenablagen, in der rechten davon ist ein Zusatzbrenner integriert, wir haben vier Brenner für die Hauptgrillfläche, wir haben einen Warmhalterost sowie einen auf der Rückseite angebrachten Backburner. Schauen wir uns jetzt die einzelnen Bereiche etwas genauer an und beginnen mit den Details des hochglänzend schwarz emalierten Deckels mit sehr schönen Edelstahl-Applikationen, einem Edelstahl-Handgriff. Und wenn ihr den jetzt anhebt, dann merkt ihr, da ist richtig viel Material verarbeitet worden. Innen ist er nochmal mit Edelstahl ausgekleidet, doppelwandig, das speichert die Hitze deutlich besser. Hervorragend geeignet zum indirekten Grillen. Ebenfalls zum indirekten Grillen benötigt ihr zwingend einen Deckelthermometer, da habt ihr die Temperatur während des Grillvorgangs immer im Blick. Zwischen Deckel und Korpus habt ihr hinten einen Spalt, wenn ihr den Grill jetzt mal richtig hochpowert, dann muss dort die Hitze entweichen können, zumindest teilweise, ansonsten wird es zum Hitzestau kommen und der Grill würde unweigerlich Schaden nehmen. Wo kommt die ganze Power her beim 4B Deluxe? Wir haben in der Hauptgrillfläche vier Edelstahlbrenner verbaut mit jeweils 3,5 kW. Das heißt, ihr habt auf einer Gesamtgrillfläche von 68 x 44 cm 14 kW Power, das reicht also mehr als aus. Schauen wir uns den Innenbereich des 4B Deluxe mal etwas genauer an. Das erste, was mir positiv aufgefallen ist, ist das massive gusseiserne Grillrost. Wir haben Grillstäbe von 10 mm Breite und 7 mm Stärke, da kriegt ein richtig tolles Branding mit hin. Neben der rechten und linken Grillfläche haben wir noch zwei runde gusseiserne Einsätze. Den inneren Einsatz mit 24,5 cm und den äußeren Einsatz mit etwas über 30 cm. Beide Ringe könnt ihr einzeln oder auch zusammen rausnehmen. Und jetzt finde ich super, dass Nextgrill mitgedacht hat, auch in der normalen Grillfläche gibt es zwei kleine Öffnungen. Hier könnt ihr den Handgriff einsetzen und die Grillrost auch im heißen Zustand rausnehmen. Leider bietet Nextgrill aktuell kein passendes Zubehör an, weder für den inneren noch für den äußeren Ring. Das ist ein bisschen schade, aber wer weiß, was da in der nächsten Zeit noch kommt. Wir haben zwei Artikel gefunden, das ist einmal ein Gusspfanneneinleger und ein Pizzastein, der genau in den äußeren Ring reinpasst. Beide Artikel findet ihr unter grillteam.de im Bereich Zubehör. Wenn wir die Grillroste jetzt rausgenommen haben, haben wir freie Sicht auf die Flammeabdeckung, durch die das Fett nicht direkt auf die Brenner tropfen kann. Dazu sorgt die Flammeabdeckung nochmal für eine bessere Rätselverteilung. Bei Gasgrills kommt in der Regel im vorderen Bereich deutlich weniger Hitze an als auf der Hauptgrillfläche. Bei Nextgrill wird das dadurch kompensiert, dass die emaillierten Abdeckungen nach vorne hin leicht ansteigen und ich dadurch die Hitze in den vorderen Bereich befördere. Das Reinigen der Flammeabdeckung ist in der Regel kein Problem, da ich die alle einzeln entnehmen kann. Darunter kommen die vorhin schon erwähnten Edelstahlbrenner zum Vorschein, die beidseitig gelocht sind und einzeln über die elektronische Piezo-Zündung gestartet werden. Es handelt sich um eine elektronische Piezo-Zündung, also bitte nicht vergessen, die im Lieferumfang enthaltene Batterie hier vorne in die Zündbox einzusetzen. Ansonsten würde das mit dem Starten nicht funktionieren. Wenn ihr die Batterie eingesetzt habt, könnt ihr den Knopf drücken und ihr hört jetzt dieses typische Knistern der elektronischen Piezo-Zündung. Wenn ihr jetzt parallel dazu den Knebel der Brenner reindrückt und auf Vollgas dreht, könnt ihr jeden Brenner einzeln starten. Wie wirken sich doppelt gelochte Edelstahlbrenner, 14 kW Power und leicht nach vorne ansteigende Flammeabdeckungen auf die Hitzeverteilung aus? Das schauen wir uns mal hier in der thermografischen Aufnahme an. Und ihr seht sofort über die komplette Grillfläche hinweg eine einheitliche Hitzeverteilung. Bis auf im rechten und linken Randbereich, dort kommt etwas weniger Hitze an, ist aber auch klar. Dieser Bereich wird nur von einer Hälfte des Brenners angestrahlt. Das ist aber jetzt Klagen auf ganz hohem Niveau. Was mir wirklich gut gefällt, dass im vorderen Bereich noch ausreichend Hitze ankommt, das ist nicht normal. Das hat Nexriban 4B Deluxe wirklich gut gelöst. Aber wir haben ja nicht nur vier Hauptbrenner, sondern zur Ausstattung des 4B Deluxe gehört ja auch noch der auf der Rückseite angebrachte Backburner. Ganz wichtiger Hinweis dürft ihr nicht vergessen, immer das Warmhalterost rausnehmen, bevor ihr den Backburner startet. Das würde zu heiß werden und würde sich durchbiegen. Ganz kurz zum Warmhalterost. Wir haben hier ein emailliertes Rost. Da hätte ich mir lieber einen Edelstahl-Warmhalterost gewünscht, auch wenn die Anhaftungen beim Warmhalten und die Verkrustungen nicht ganz so groß sind wie auf der Hauptgrillfläche. Edelstahl wäre das schönere Material gewesen. Dafür ist es sehr groß. Mit 18 x 60 cm nimmt es fast die Hälfte der Grillfläche ein. Beim Backburner gibt es jetzt nichts zu meckern. Wir haben einen 3,8 kW Keramikbrenner. Der bringt richtig viel Power. Gestartet wird der Backburner genauso wie die vier Hauptbrenner über die elektronische Piezo-Zündung und das zeitgleiche Drehen des roten Knebels. Allerdings braucht ihr den Backburner ja nur, wenn ihr Fan von Spießgerichten seid. Das heißt also, wenn ihr Hähnchen, Gyros oder Spießbraten etc. zubereiten möchtet. Kleines Manko, der hier gezeigte Grillspieß ist nicht im Lieferumfang enthalten. Den bekommt ihr aber genauso wie den Gusspfanneneinleger und den Pizzastein unter grillteam.de im Bereich Zubehör. Ganz kurz erwähnen möchte ich noch, der Motor des Spießs ist wirklich sehr leise. Das habe ich auch schon anders erlebt. So, kommen wir zum letzten Brenner des 4B Deluxe, dem integrierten Seitenkocher, der aus meiner Sicht immer zu wenig Beachtung findet, obwohl es ein wirklich nützlicher Brenner ist. Gerade wenn ihr euch den Gang in die Küche sparen wollt, wo ihr Soßen aufwärmt oder zubereitet oder auf der Hauptgrillfläche kein Platz ist und ihr als Beilage trotzdem Bratkartoffeln oder Gemüse haben möchtet. Dann ist der Seitenkocher genau der richtige Brenner. Was für Materialien habe ich verarbeitet? Ich habe eine emaillierte Brennschale sowie eine emaillierte Pfannen- oder Topfauflage und ein 2,5 kW Edelstahl-Rundbrenner. Das reicht an Power vollkommen aus. Beim Deckel des Seitenkochers, da hätte ich mir ganz gerne eine andere Konstruktion gewünscht. Hier hat man eine Achse verbaut, die rechts und links im Gehäuse gelagert ist. Dadurch rutscht der Deckel hier so ein bisschen hin und her. Das hätte man schöner lösen können. Öffnen und schließen ist aber absolut gegeben und von daher auch okay. Wir haben vorhin über den Lieferumfang gesprochen und bevor ich das vergesse, wenn ihr den 4B Deluxe auf grillteam.de bestellt, ist im Lieferumfang enthalten ein Grillbesteck, bestehend aus Grillzange und Pfannenwänder. Und das aus meiner Sicht deutlich hochwertigere Zubehör ist die passende Wetterschutzhülle, die ebenfalls im Lieferumfang enthalten ist. Die Wetterschutzhülle reicht nicht ganz bis zum Boden und hat vorne so ein Lüftungsgitter integriert. Ihr seht das, dadurch kann sich unten drunter kein Schwitzwasser bilden. Neben dem Lieferumfang und der Ausstattung haben wir ein weiteres wichtiges Thema. Materialien des Korpus und der Unterkonstruktion sowie deren Verarbeitung. Die Seitenablagen rechts wie links und die komplette Frontblende sind aus Edelstahl gefertigt. Und wenn wir uns jetzt mal das Spaltmaß zwischen der Seitenablage und der Frontblende anschauen, dann sehen wir das im Verlauf und im unteren Bereich, das nicht so hundertprozentig passt. Und auch bei den Edelstahl-Applikationen hier oben im Bereich des Deckels, da liegen die nicht so hundertprozentig an. Das hätte man schöner machen können. Jetzt wird der ein oder andere von euch sagen, ja, das ist aber wieder Klagen auf hohem Niveau. Gebe ich euch vollkommen recht. Das ist kein 1500 Euro Grill und darf auch nicht damit verglichen werden. Hier muss man einfach sagen, Preis-Leistungs-Verhältnis passt. Die Unterkonstruktion ist aus pulverbeschichteten Stahl gefertigt. Wir haben zwei doppelwandige Türen, was nochmal zusätzlich Stabilität bringt. Allerdings im Bereich der Scharniere hier, da wäre noch ein bisschen Luft nach oben gewesen. Die Zierblende hier unten ist wiederum aus Edelstahl gefertigt. Bevor wir uns nun gemeinsam die Rückseite anschauen, die beiden Haken an der Front werden ergänzt durch jeweils drei Haken an der rechten und linken Seitenablage. Solche Details werden gerne mal vergessen, sind dabei im Alltag sehr nützlich. Ich persönlich bin dankbar für jede Aufhänge- und Ablagemöglichkeit, denn am Grill habe ich immer zu wenig Platz. Wenn wir einen Blick auf die Rückwand werfen, stellen wir fest, nicht voll, sondern nur halb verkleidet. Solange der Grill an der Wand steht, ist das aber nicht mal ein optischer Mangel. Geschweige denn, dass es Einfluss auf die Stabilität hat, ihr habt auf gar keinen Fall einen Wackeldackel. Der Vorteil der halb hohen Rückwand, ihr könnt die nach hinten ausziehbare Fettauffangwanne sehr bequem entnehmen und habt es dadurch deutlich leichter beim Reinigen. Die Fettauffangwanne ist so leicht schräg geformt, dadurch läuft das Fett in die darunterliegende Fettauffangschale. Die könnt ihr nach vorne hin entnehmen, nachdem ihr die Türen geöffnet habt. Kleiner Tipp, packt vorher immer ein bisschen Alufolie rein, dann habt ihr nachher ein blitzsaures Fettauffangschälchen. So, ich fasse mal zusammen, was der 4B-Deluxe von Nexgrill uns zu bieten hat. Wir haben einen Barbecue-Grill mit vier Edelstahlbrennern, insgesamt 14 kW Power. Das bringt eine richtig gute Hitzeverteilung bis in den vorderen Bereich hinein. Wir haben einen 3,8 kW Backburner zur Zubereitung von Spießgerichten, einen 2,5 kW Seitenkocher, falls ihr Soßen etc. warm halten wollt. Ihr habt ein massives gusseisernes Rost, mit dem ihr ein ganz tolles Branding hinbekommt, inklusive Rost-in-Rost-System. Das heißt, ihr könnt Gusspfanne oder Pizzastein einsetzen, leider nicht direkt vom Hersteller erhältlich, bekommt ihr aber auf grillteam.de. Und nicht zu vergessen, wenn ihr den Grill bei uns kauft, dann ist im Lieferumfang enthalten ein Grillbesteck sowie eine passende Wetterschutzhülle. Zwei Schwachstellen hat der 4B-Deluxe. Zum einen, ihr erinnert euch an die durchschnittliche Verarbeitung im Bereich der Edelstahl-Applikationen und zum Beispiel der Türscharniere. Und zwei Bauteile hätte ich mir ganz gerne in Edelstahl gewünscht. Das ist zum einen das emalierte Warmhalterost und zum anderen die emalierten Flammeabdeckungen. Abschließend bleibt aber zu sagen, der 4B-Deluxe von Nexgrill ist ein richtig guter Grill mit einem Top-Preis-Leistungsverhältnis. Ich kann den Grill absolut empfehlen. Alle technischen Daten und Informationen könnt ihr auf grillteam.de auch nochmal nachlesen. Ich wünsche euch ein weiteres Mal viel Spaß beim Grillen mit dem 4B-Deluxe von Nexgrill. Wir sehen uns bald wieder, euer Björn vom Grill-Team.